Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich zeige euch heute, wie man ganz einfach so einen Stern hier selber machen kann. Der ist aus Zahnstochern gemacht, der ist in ein paar Minuten fertig, in ein paar Sekunden und sieht wirklich ganz niedlich aus, damit kann man schön dekorieren. Ich habe den zum Beispiel hier an so einem Kerzenglas befestigt und ja, vielleicht habt ihr Lust, den nachzumachen. Ihr braucht fünf Zahnstocher, fünf Lumenbands und Schleifenwand. Ich nehme zwei Zahnstocher zusammen und mache die mit den Lumenbands zusammen, also mit einem. Ich wickele das hier also einfach mehrere Male drum, bis die richtig schön zusammen sind. Dann nehme ich nochmal wieder zwei Zahnstocher und mache die auch damit zusammen. Als nächstes mache ich den einen Zahnstocher hiervon und den anderen Zahnstocher davon mit Lumenbands zusammen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und als nächstes fasse ich diese beiden Enden an und schiebe das so übereinander und halte das hier fest. Und als nächstes wird dieser Zahnstocher mit dem, der noch übrig ist, hier wieder zusammen gemacht. Also richtig schön stramm mehrere Male hier drum wickeln. So und jetzt muss nur noch zuletzt der Zahnstocher mit dem Zahnstocher verbunden werden. So und ich glaube, man kann es schon gut erkennen. Ich mache die noch alle so ein bisschen zurecht, also lasse die so ein bisschen runterrutschen hier noch. Hier wieder ein bisschen hoch, bis das dann wirklich ein schöner, gleichmäßiger Stern ist. Jetzt habe ich mir noch ein Stückchen von dem Schleifenband abgeschnitten, ziehe das hier durch, durch die Mitte. Und dann mache ich als erstes einmal einen Knoten an dem Stern fest, damit der dann auch hier ein bisschen zusätzlich durch dieses Band befestigt wird und auch nicht verrutschen kann. Also mache ich einfach einen Knoten, einen Doppelknoten. Hier mache ich dann auch einen Knoten rein in das Band, also in beide Bänder zusammen. Und die Enden, die kringle ich noch mit einer Schere. Also einfach mit der Schere hier drüber gehen, bis ich die Bänder richtig schön kringle. Den Stern kann man jetzt aufhängen oder so wie ich an so einem Kerzenglas befestigen und je nachdem, welche Farben man nimmt, passt das dann eben hier zu einer blauen Kerze. Man kann aber natürlich auch alle möglichen anderen Farben nehmen. Das Ganze in bunt machen, vielleicht eine ganze Kette davon machen, also mehrere Sterne nebeneinander an einem Band festbinden und eine kleine Gelande daraus machen. Also da kann man wirklich ganz viele Sachen mit machen und das ist so einfach und ich finde, das sieht wirklich total niedlich aus. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Wenn es euch gefällt, dann schreibt das doch in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und schaut auf jeden Fall auch unsere anderen Videos. Wir haben schon andere Weihnachtsanhänger in der letzten Zeit gemacht, auch in einer Challenge letztens. Also einfach reinschauen und sonst ja, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!